. 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 Komm, hau rein. Ah, lassen Sie mich raten. DVD-Player? Blu-Ray? Nix von dem. Festplattenspeicher? Ich suche ein Handy. Mein Freund hat letzten Dienstag sein Handy hier verloren oder liegen gelassen. Und Sie wissen ja wieder, das ist aber nicht noch. Ist hier vielleicht eins abgegeben worden oder haben Sie eins gefunden? Nee, das wüsste ich. Letzten Dienstag war ich bis Mitternacht hier. Wäre mir aufgefallen. Ja, kann man nix machen. Was kostet denn sowas? 20. Mach ich ja doch noch mal einen alten Videorekorder. Lass mal steck. Danke. Der Götz von Berlichingen. Fertig und verschickt. Ja, ich trau mich wetten, es wird in Rekordzeit verlegt. Auf die wahre Kunst. Die wildesten Gedanken. Herzblutend, abgründig, verboten. Gegen den Verstand. Gegen die Vernunft. Gegen die Regeln. Fühlt die Leidenschaft. Auf. Auf. Storben. Und. Prack. Auf. Hm. Mhm. Du brauchst keine Angst haben, Max. Ich will mich nur mit dir unterhalten, okay? Dir gehen öfter mal die Nerven durch, hab ich gehört. Und dann musst du dich körperlich abreagieren. Wenn wir fertig sind. Vielleicht ist das wichtig. Das ist im Moment das Wichtigste für dich. Deine Eltern sind tot, deine Großmutter zieht dich groß. Für eine Frau in ihrem Alter ist das keine Kleinigkeit. Ist dir das eigentlich klar? Sag mal, kannst du dir vorstellen, ein Anti-Aggressionstraining zu machen? Ich hab doch keinen in der Waffel. Ja, also bitte. Ich wollte ja auch mal zur Polizei. Aber hat nicht geklappt. Fehlten zwei Zentimeter. Ja, aber ansonsten ist bei mir nichts zu klein. Im Gegenteil. Kommt dir nur leid, doch viel zu selten zur Anwendung. Außer bei der guten alten Handmaschine. Dann lass ich dir hoch damit rien reden. Ich fisch. Ich fisch. Ich fisch. Ja, ich fisch. Es ist gleich, dass du dich in dir bist. Ich fisch. hill du Hübsch. Willst du? Oh, wenn du nicht. Ich fisch. Dann ist das von mir. Ich fisch. Schönen. Du bist jetzt? Und mein Vater ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020